Es gibt drei mögliche Lagebeziehungen zwischen einer Gerade und einer Ebene. Die Gerade schneidet die Ebene in einem Punkt, die Gerade verläuft parallel zur Ebene, die Gerade liegt in der Ebene. Wie untersuchen wir die Lage, wenn die Ebene in Koordinatenform gegeben ist? Eine Möglichkeit besteht darin, die Parametergleichung der Geraden als lineares Gleichungssystem zu schreiben, dann jede Zeile nach der Variablen x, y und z aufzulösen und die entsprechenden Terme dann in die Ebenengleichung für x, y und z einzusetzen. Dadurch erhält man eine einzelne Gleichung, die nur noch den Parameter aus der Geradenleichung enthält. Lässt sich der Parameter bestimmen, so schneidet die Gerade die Ebene in einem Punkt. Setzt man den ermittelten Parameterwert in die Geradenleichung ein, erhält man den Ortsvektor des Schnittpunktes. Verschwindet der Parameter nach zusammenfassender Gleichung, wobei eine wahre Aussage entsteht, so liegt die Gerade in der Ebene. Verschwindet der Parameter, wobei sich eine unwahre Aussage ergibt, so verläuft die Gerade parallel zur Ebene. COP 17, 2021 nis, Nürnberg und Nürnberg und Nürnberg und Nürnberg.